Aber jetzt noch zum Schluss Lars, but not least und ich hoffe und glaube, wir dürfen und können ihm noch die nötige Aufmerksamkeit schenken. Er will uns ein sehr, sehr spannendes Thema mitteilen und darüber referieren. Es geht darum, wie heilt man ein krankes Gesundheitssystem und diese Frage beschäftigt mich schon sehr, sehr lange und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was ihr jetzt zu hören bekommt. Begrüßt mit mir, er ist hier schon auf der Bühne, einen großen Applaus, der Hans Teuzin. Gut. Thema ist, wie heilt man ein krankes Gesundheitssystem. Vielleicht ein paar Worte zu mir selber. Mein Name ist Hans Teuzin. Der Name kommt aus Mecklenburg. Das heißt, man betont die zweite Silbe. Alle Leute sagen Teuzin, Teuzin, Teuzin und ich bin immer irritiert. Ich habe festgestellt, das liegt daran, dass der Name falsch betont wird. Also, Herr Teuzin und schon bin ich glücklich. Ich bin Medizinjournalist. Ich wohne in Herrenberg bei Stuttgart. 58 Jahre alt, geschieden, zwei erwachsene Töchter. Ich gebe die Zeitschrift Impfreport heraus, organisiere das Stuttgarter Impfsymposium alle ein bis zwei Jahre, findet im September 12. Mal statt. Ich habe mehrere Bücher geschrieben, zum Beispiel die Tetanus-Lüge oder die Seuchenerfinder, die Masern-Lüge. Macht Impfen Sinn? Die Ebola unzensiert, zusammen mit Angelika Müller. Also, ich recherchiere seit 18 Jahren ungefähr zum Thema Impfen und Infektionskrankheiten und habe versucht, die wissenschaftliche Grundlage der Behauptung, dass Impfen nützt und schützt, die wissenschaftliche Grundlage zu finden und zu verstehen. Gelernt habe ich ursprünglich Molkerei-Fachmann. Wenn ihr meinen Namen googelt im Internet, auf den Pranger-Webseiten, ich habe einen ganz langen Eintrag, ich bin da ganz stolz drauf, da steht, der Milchwirt. Ja, toll ziehen, der Milchwirt. Ja, also ich bin der Milchwirt, das heißt, glaubt mir kein Wort. Ja, und das ist gut so, ja, weil ich nicht den Anspruch habe, dass ihr mir alles glauben sollt, was ich sage. Überprüft es. Wenn ihr jetzt zum Thema Impfen, ich gehe nur ganz kurz drauf ein, wenn ihr zum Thema Impfen sagt, okay, ich impfe meine Kinder nicht mehr, bloß weil der Tollziehen das gesagt hat und ihr impft sie nicht mehr, das finde ich zwar gut, ja, aber was hat sich dann geändert, wenn ihr vorher dem Professor am weißen Gittel geglaubt habt und jetzt glaubt ihr einfach dem Tollziehen. Es hat sich im Wesentlichen nichts verändert. Warum? Weil ihr die Verantwortung immer noch abgebt und jemand anderen, ja. Und auf diese Grundlage kann sich in der Gesellschaft auf diesem Planeten nichts ändern. Ja, mein zweiter Beruf ist Organisationsprogrammierer. Ich habe auch zehn Jahre bei einem großen Stuttgarter Konzern in der EDV-Abteilung gearbeitet und habe 2005 den Job gekündigt, um dann den Impfreport, meine Zeitschrift herauszubringen. So, bevor ich zu dem Thema, wie heilt man ein krankes Gesundheitssystem, bevor ich das beleuchte, möchte ich ganz kurz zusammenfassen, was mein Ergebnis in puncto Impfen ist. Seid ihr daran interessiert? So, fünf Minuten möchte ich versuchen, das zu kondensieren, ja. Halt, hier. Nehmen wir mal das Bild, ja. Ich war lange in der Verwirrung, als ich mich anfangs mit dem Thema Impfen beschäftigt habe und ich habe herausgefunden, das liegt daran oder lag daran, dass ich die Beweislast praktisch bei mir gesehen habe und nicht bei den Behörden und bei den Herstellern, ja. Es ist völlig normal zu impfen, ja, im Bewusstsein der Leute, das heißt, wer nicht mit den Lemmingen läuft, ja, wer stehen bleibt und sagt, oh, hoppla, ich muss mal nachdenken, was mache ich hier eigentlich, ja, der muss sich rechtfertigen und nicht diejenigen, die Richtung Abgrund laufen, ja. Und das habe ich für mich gemerkt, ja, hoppla, ich habe ja gar nicht die Beweislast, sondern ich gehe auf die zuständigen Bundesbehörden, Bundesgesundheitsbehörden in Deutschland zu und stelle da konkrete Fragen nach den wissenschaftlichen Grundlagen. So, und das war ein ganz wichtiger Schritt für mich und es sind im Wesentlichen drei Fragen, die zu klären sind. Also Impfen ist ja rechtlich gesehen eine Körperverletzung, selbst wenn ich ein Professor wäre, ja, Doktor, Doktor, so und so, ja. Und ich hätte jetzt eine Spritze in der Hand und würde zu Ihnen sagen, machen Sie mal einen Ärmel hoch, ja, und Sie sagen nein und ich würde Sie trotzdem pieksen, ja, und bei den Zeugen hier, ja, und im Internet wäre ich dran, ja. Ist also eine Körperverletzung bedarf der mündigen Einwilligung und die mündige Einwilligung muss auf drei Säulen basieren. Das ist einmal Wirksamkeit, Sicherheit und Notwendigkeit. Der Impfstoff muss wirksam sein, klar. Darum impfen wir ja. Er muss sicher sein, auch klar, weil wir wollen ja nicht den Teufel mit dem Belzebub austreiben und nachher haben wir mehr Nebenwirkungen, als wir Wirkungen haben. Und es muss natürlich auch notwendig sein, weil wenn die Infektionskrankheit, die Kinderkrankheit, um die es geht, wenn die mir überhaupt keine Sorgen macht, ja, zum Beispiel Windpocken, ja, dann stellt sich die Impffrage ja gar nicht. Die wesentliche Frage bei der Wirksamkeit, habe ich für mich herausgefunden, ist die Frage, sind Geimpfte gesünder? Stimmt die mir dazu? Ist das die wesentliche Frage? Nein? Sind Geimpfte gesünder? Das ist die Frage, die wir zu stellen haben an diejenigen, die behaupten, impft eure Kinder. So, wie kann man das feststellen, ob Geimpfte gesünder sind? Man muss vergleichende Studien machen, Geimpfte gegen Ungeimpfte mit einem Placebo, also Geimpfte gegen Placebo-Geimpfte und dann muss die Studie groß genug sein, lang genug laufen, es muss ergebnisoffen aufgesetzt sein und so weiter und am Schluss haben wir dann, wenn so eine Studie vielleicht drei, vier, fünf Jahre läuft, haben wir hoffentlich ein klares Ergebnis, nämlich zum Beispiel, ob die Geimpften weniger Fehltage in der Schule haben wie die Ungeimpften oder weniger Fehltage im Kindergarten, weniger Fiebertage, weniger Krankheiten, ja, und zwar unter dem Strich, da ist der Sicherheitsaspekt schon drin. Solche vergleichenden Studien gibt es nicht, das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein Schock, gibt es nicht mit der Begründung, es sei unethisch. Im Rahmen einer vergleichenden Studie bewusst Kinder oder Menschen nicht zu impfen. So, und das ist ein Zirkelschluss, ein Zirkelschluss ist zum Beispiel, mein Vorredner war das glaube ich, der hat den Münchhausen angesprochen, Baron Münchhausen, der hatte sich selber am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen, das ist ein Zirkelschluss, ja, wenn das Ergebnis, das man herausfinden will oder erforschen will, in der Aufgabenstellung voraus nimmt, ja, das ist ein Zirkelschluss. Googelt das mal im Internet, da gibt es bei Wikipedia auch interessante Beispiele, so und das funktioniert nicht. Also, sie machen solche Studien nicht, haben eine Ausrede dafür, das ist eigentlich für jeden nachvollziehbar, der seinem gesunden Menschenverstand vertraut, stattdessen, was machen sie? Sie messen den sogenannten Antikörpertiter im Blut, ja, das heißt, die Menge der sogenannten Antikörper, die gegen einen bestimmten Erreger gebildet werden, wenn man impft oder wenn es eine Infektion gibt. Und je mehr Antikörper, desto geschützter heißt es, desto gesünder wäre die Schlussfolgerung. Also, was habe ich gemacht? Ich habe die Behörden gefragt, wo sind die Studien, die beweisen, dass Menschen mit hohen Antikörperwerten im Blut, dass die gesünder sind langfristig. Haben sie nicht. Was war letzten Endes, ich habe, es ging über Monate, so hin und her, so der Schriftverkehr mit den Behörden und was war am Schluss das Ergebnis? Ich musste meinen Anwalt einschalten, ja. Was war das am Schluss des Ergebnisses? Es ist wahr, weil es in den Lehrbüchern steht. Es ist so, weil es in den Lehrbüchern steht. Wir müssen das nicht, wir müssen das nicht beweisen, sagen die zuständigen Bundesbehörden in Deutschland. In Österreich ist es sicherlich genauso. So, wieder ein Zirkelschluss. Ja, es steht in den Lehrbüchern, also ist das wahr, das ist doch Quatsch. Das ist eine sinnlose Aussage. So, das war mein Ergebnis. Aber es hängt natürlich alles davon ab, wie ich als Elternteil oder als Betroffener meine Frage definiere. Wenn ich jetzt die Frage stelle, sind Geimpfte gesünder und wo ist der Beweis? Dann ist meine Botschaft an euch, ich habe diesen Beweis nicht gefunden. Ich habe das auch dokumentiert in meinem Buch, macht Impfen Sinn? Könnt ihr selber versuchen nachzuvollziehen? Die zweite Frage wäre nach der Sicherheit. Die Sicherheit ist ein Stück weit in der ersten Frage nach der Wirksamkeit schon drin, weil wenn Geimpfte gesünder wären als Ungeimpfte, ja, dann heißt es ja eigentlich, der Impfstoff wäre sicher. Nur, was wäre jetzt die Frage da im Zusammenhang, damit es wäre, ist das Impfrisiko kalkulierbar? Das ist die entscheidende Frage in dem Zusammenhang. Und das ist auch klar, zumindest für mich, ja, weil nur, wenn das Impfrisiko kalkulierbar ist und die Wirksamkeit auch, kann ich Nutzenden Risiken gegeneinander abwägen. Ja, das macht man bei der Zulassung eines Impfstoffs, das macht man aufs Kollektiv bezogen, bei der öffentlichen Impfempfehlung und das macht man eigentlich, sollte man das nochmal bei der Impfung selber machen, weil wenn eine Allergie besteht bei einem Kind gegen einen der Inhaltsstoffe, darf natürlich selbstverständlich nicht geimpft werden, muss man auch nochmal abwägen. So, und die Antwort darauf, auf die Frage, ist das Impfrisiko kalkulierbar, ist nein. Da gibt es zwei Arten von Antworten, wenn man mal richtig recherchiert, auf der einen Seite heißt es, ja, ja, Impfen ist sicher, Impfen ist sicher, aber das ist eine reine Marketingaussage, habe ich festgestellt, überprüft das, ja, ich bin nur der Milchwirt. Gleichzeitig gibt es aber zahlreiche Zitate von Experten und auch im Bundesgesundheitsblatt, das ist so, das ist die Zeitschrift des Bundesgesundheitsministeriums, Zitate, wonach sie einfach keine konkreten Zahlen bezüglich der Risiken haben. Haben sie nicht, weil die Zulassungsstudien zu klein sind und weil die Dunkelziffer bei den Meldungen von Impfkomplikationen nicht bekannt ist und sich auch niemand drum schert, ja. Und weil niemand beweisen kann, dass bei den gemeldeten Fällen ein Zusammenhang besteht mit der Impfung, ja. Aber das ist natürlich auch wieder eine Abschiebung der Beweislast auf uns Eltern, ja. So, weil alle Experten diese Sprache sprechen und das so sehen und die Politiker auch und die Medien auch, ja, sind wir die Rufer in der Wüste, wir Impfkritiker, ja, wir sagen, hey Leute, ja, der Kaiser ist nackt, ja, aber schert sich niemand drum. So, das ist die zweite Frage, die ich mit Nein, für mich, für mich mit Nein beantwortet habe. Die dritte ist die Frage nach der Notwendigkeit. Da gibt es zwei Aspekte, das eine ist, ist das behauptete Risiko, das von den Behörden, behauptete Risiko real. Stimmt das? Kann man das nachvollziehen anhand von wissenschaftlichen Studien? Und das ist in der Regel nicht so. Es wird aufgebauscht, es wird aufgebauscht. Dieser angebliche Masern-Todesfall in Berlin, dieser kleine Junge, ja, der ist nicht an Masern gestorben, ja, woran er auch immer gestorben ist. Ein Teil davon ist eine schulmedizinische Fehlbehandlung. Und bei der 37-jährigen Frau, die jetzt vor kurzem in Deutschland gestorben ist, angeblich an Masern, ja, da gibt es auch eine ganz interessante Vorgeschichte. Also es wird aufgebauscht. Die zweite Frage ist die Frage nach den Alternativen. Wenn ich weiß, dass eine ausreichende Vitamin D-Versorgung, Vitamin D, Dora, ja, mit dem Sonnenvitamin, dass das ein ganz wichtiger Faktor für die Vorbeugung von allen Arten von Erkältungserkrankungen ist, dann kann ich doch für mich überlegen und abwägen und sagen, okay, ich schaue, dass ich genügend Vitamin D kriege, auf welchem Wege auch immer, durch die Sonne, Solarium oder durch Nahrungsergänzung, ja, und schon komme mich gut durch den Winter. Da muss ich mir gar keinen Kopf machen, um eine Influenza-Impfung. So, und auch da, die Alternativen, es gibt Alternativen. Vitamin A zum Beispiel ist ganz wichtig, um Komplikationen bei Masernverläufen zu verringern, ja. Es gibt die, aber die werden nicht diskutiert, weil einfach ignoriert, ja, sondern es sieht so aus. Moment, nee, wo habe ich denn jetzt die, Moment, eine Sekunde, ich habe da ein Bild dazu, das ist aber jetzt da. Ja, so gehen die Behörden, die Bundesbehörden mit dem Thema um. Was ich nicht sehe, existiert nicht und ich sehe, wenn ich die Augen zumache, sehe ich natürlich nichts. Das heißt, die Frage nach den Alternativen bei der Vorsorge zum Beispiel, ja, die stellt sich dann für die Behörden gar nicht, weil sie das einfach ignorieren, ja. Warum auch immer. Ja, also das war für mich so das Fazit und in meiner Zeitschrift Impfreport berichte ich vierteljährlich darüber. Und ja, was ich halt die letzten Jahre beobachtet habe und jetzt leite ich mal über zu dem Thema, zu dem gesundheitspolitischen Thema, was ich halt beobachtet habe und was mich zunehmend frustriert hat, ist, wir haben zwar inzwischen beim Thema Impfen wunderbare Analysen, unabhängige Analysen und Quellen und Bücher, Videos und alles Mögliche, ja. Und wir haben immer mehr Leute, die da aufwachen, ja, und sich selber ein Bild machen, ja, was auch immer dann das Ergebnis ist. Es kommt darauf an, sich ein eigenes Bild zu machen. Obwohl das so ist, obwohl wir immer klarer argumentieren, wird der Impfwahn immer verrückter. Jedes Jahr. In Deutschland 2015, Präventionsgesetz eingeführt, ja, diese Pflicht zum Beispiel, eine Impfaufklärung nachzuweisen, wenn das Kind in den Kindergarten kommen soll, ja, dass man eine ärztliche Impfaufklärung nachweisen muss. Und jetzt sind sie dabei, das nochmal zu verschärfen oder haben es schon verschärft. Jetzt müssen Eltern sich gefallen lassen, dass sie als Impfmuffel bezeichnet werden, ja. Wenn sie diese ärztliche Impfaufklärung nicht wollen. Und jetzt wird ein Bußgeld über 2500 Euro da angedroht. Parteitage, Ärztetage, alle fordern sie immer wieder die Impfpflicht. Es wird jedes Jahr verrückter. Also in Deutschland ist es zunehmend schwierig für impfkritische Eltern, einen Kindergartenplatz zu kriegen, ja. Rechtliche Situation ist eigentlich ganz klar. Aber wir haben in Deutschland auch keine unabhängige Rechtsprechung. Natürlich nicht, ja. Wenn die Landesministerien und wenn der Bundestag, ja, oder die Bundesministerien, wenn die Politiker direkt oder indirekt die Richter auswählen, ja, dann haben wir ja keine wirkliche, keine wirkliche Gewaltenteilung in Deutschland. So, also das hat mich zunehmend frustriert und ich habe mich gefragt, ja, was, wozu mache ich das dann? Ich bringe ja die Eltern zusätzlich in einen Konflikt. Wenn ich jetzt junge Eltern aufkläre und sie impfen nicht, dann bringe ich sie ja in eine Konfrontation mit ihrer Umwelt. Und ja, dann habe ich ein, ja und für mich war klar, der einzige Weg, um wirklich was zu verändern, ist es, in den Bundestag einzumarschieren und dort etwas zu ändern. War für mich persönlich ganz klar. Aber ich bin nicht die Person, um meine Partei zu gründen, ja. So, dann habe ich im Dezember im Internet ein Interview mit dem Christoph Hörstel gefunden. Der Christoph Hörstel ist ein früherer ARD-Auslandskorrespondent. Und wenn ihr sein Gesicht seht, wenn ihr mal googelt oder so, ja, kommt euch sicherlich bekannt vor, der lag mit den Talibans im Schützengraben in Afghanistan. Er hat das alles hautnah, hat die Dinge hautnah erlebt und hat dann gemerkt, auch in Afghanistan, dass das alles nicht so koscher ist, was da läuft, ja. Dass da eine verborgene Agenda läuft, zum Beispiel dort, aber auch im Mittleren Osten. So, und er hat eine Partei gegründet, das ist die Deutsche Mitte. Und die Deutsche Mitte hat ein Programm und das Programm hat mich weggeblasen. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Der erste Punkt, also der wichtigste Punkt in dem Programm der Deutschen Mitte ist, ein stabiler Frieden in Europa und in der Welt, vor allem, also jetzt mal in Europa, Mitteleuropa, zu erreichen, indem die NATO ihre aggressive Politik gegenüber vielen Ländern, die nicht Spuren wollen, einstellt. So, und die klare Haltung ist, der deutschen Mitte, wenn die NATO diese aggressive Haltung nicht beendet und nicht wieder zu ihren Wurzeln zurückkehrt, muss Deutschland logischerweise aus der NATO austreten. Ja. Ja. Dazu gehört ein Friedensvertrag, volle Souveränität, eine Verfassung, die vom Volk abgestimmt wird. Ja. Gehört auch dazu. Da, damit Deutschland, das deutsche Volk mit den Nachbarvölkern, dass man auf der gleichen Augenhöhe ist. Ja. So, das ist das Erste. Frieden, weil ohne Frieden ist alles andere nichts. Und das Zweite, jetzt passt mal auf, das Zweite ist, ja, die private Geldschöpfung durch Privatbanken zu beenden. Die Geldschöpfung wieder in die Hände des Staates oder eigentlich des Volkes zu legen. Ja. Das ist der zweite Punkt. Er nennt, und das hat mich fasziniert bei Christoph Hörstel, er nennt die Dinge beim Namen, Dinge, mit denen ich mich auch schon seit 20 Jahren beschäftige. Und ein dritter Punkt ist, na gut, Bildungspolitik, Familienpolitik, Außenpolitik. Ja, das ist, geht alles auch so in die Richtung der sogenannten Trusa-Bewegung. Das heißt, die Macht der Kartelle, der Finanzkartelle, ja, und unsere Abhängigkeit von ihnen, ja, ist das Problem. Ein Teil des Problems. Ein weiterer Teil ist natürlich, dass wir, wenn wir nicht wissen, was wir wollen und was war und falsch ist, was richtig und falsch ist, ja, dann kann sich ja auch nichts ändern. So, und jetzt kommen wir zu meinem eigentlichen Teil. Entschuldigung, dass ich eure Geduld hier so ein bisschen fordere. Ah, okay, jetzt. Ich will euch eine kleine Geschichte erzählen, die betrifft jetzt Deutschland, aber in Österreich ist es sicherlich ähnlich. Ja, und die Geschichte handelt von Martin Mustermann. Martin Mustermann ist 55 Jahre alt, lebt in Stuttgart, arbeitet bei einer großen deutschen Automobilfirma, ich nenne jetzt keine Namen, ist mit 15 in die Firma eingetreten, hat sich, hat dort die Lehre gemacht, hat sich hochgearbeitet zum Werkstattleiter. Sein Hobby ist das Gärtnern, ja, das sieht man, also in seiner Freizeit pflegt er den Garten und seine Frau ist richtig happy, ja, dass er das macht. 55 Jahre, war nie besonders krank, er ist aber gesetzlich krankenversichert bei der AÖK, also jede Ähnlichkeit mit einer tatsächlich existierenden gesetzlichen Krankenkasse ist natürlich rein als Zufall und zahlt da jeden Monat mehrere hundert Euro ein, ja, und der Arbeitgeber auch noch mal die gleiche Menge, jeden Monat. Er braucht das nicht, aber er sagt sich, super, Solidargemeinschaft, ja, wenn, wenn, ich zahle ja jeden Monat ein, ob ich es brauche oder nicht und wenn ich es mal brauche, habe, kriege ich was, ja, und mit dem Geld, was ich zahle, werden richtig große gesundheitliche Notfälle abgedeckt. Super, bin bei der AÖK. Dann hat er aber eines Tages Bauchweh, ganz komisch und Bauchweh, das kommt und das geht, dann kommt es und bleibt und wird immer stärker und schließlich sagt er, okay, das ist, da muss ich was tun, er geht zu einem Arzt, einem Kassenarzt, ja, so und der macht da zig Untersuchungen, Labortests und so weiter und sagt dann schließlich zu ihm, lieber Martin, tut mir leid, du hast Darmkrebs, hast noch sechs Monate zu leben, wir machen jetzt eine Notoperation, das verlängert dein Leben vielleicht nochmal ein halbes Jahr, du hast dann maximal noch ein Jahr zu leben, wir müssen leider den Darmausgang verlegen und einen Teil vom Magen rausschneiden, ja, aber, und ich habe dir schon einen Termin gemacht im Krankenhaus für die OP, ja, mach dir keine Sorgen, du hast doch die AÖK, die AÖK zahlt dir alles, das ist doch alles in Ordnung, alles super, ja, und dann sagt er, weil seine Frau beschäftigt sich schon seit vielen Jahren, so mit Homöopathie, also mit so einem ESO-Kram und Naturheilkunde, impft die Kinder nicht mehr, vier Kinder haben sie, die ersten zwei wurden noch voll durchgeimpft, das dritte nur noch halb und das vierte, das jüngste, ist noch zu Hause gar nicht mehr. Und er fragt, ja, Moment, gibt es denn keine Alternativen? Wieso willst du, und ach ja, Chemo und Bestrahlung, natürlich, gibt es da keine Alternativen zum schneiden, Chemo und bestrahlen? Ja, sagt er, nee, gibt es nicht. Und wenn es die gibt, darf ich sie dir nicht empfehlen, weil, ja, weil es Leitlinien gibt und die Leitlinien sagen, ich muss das jetzt so, so und so machen und wenn ich das nicht so mache, dann könnte ich meine Approbation verlieren. Dann fragt er, Martin, ja, wieso das denn? Wo kommen denn die Leitlinien her? Das sind die Fachgesellschaften. Hier in dem Fall die, wie heißen die, nicht die Ökonomen, sondern die Ökologen, die ökologische Fachgesellschaft, Professor so und so und Professor so und so und Professor so und so sind da drin. So, und die haben das festgelegt. Und dann fragt er, Moment, wieso haben die das festgelegt? Wieso kannst du nicht mit mir Alternativen diskutieren? Dann sagt er, nee, es geht halt nicht, geht halt nicht und ja, es ist halt so, da gibt es halt Drittmittel und so, die können halt auch nicht anders, da gibt es halt diese Big Pharma, das ist auch noch so ein Mitspieler im Gesundheitssystem und da passiert halt Folgendes, da fließen halt Drittmittel und Aufträge und Vortragshonorare noch und nachher, ja, die, wenn die, die können nicht anders, ja. Da sagt er, sagt er Martin, nee, also tut mir leid, lieber Herr Doktor, da mache ich nicht mit, ja, ich gehe doch mal zu dem Naturheilarzt meiner Frau, ja, so und frag den mal und der sagt dann, der untersucht ihn schon mal, er muss ja selber zahlen, ne, Krankenkasse zahlt das nicht, untersucht den schon mal zwei Stunden lang, ja, zwei Stunden und stellt dann fest, ja, sag mal, du hast doch diese Situation in deiner Firma, du wolltest doch Abteilungsleiter werden, hast da jetzt jahrelang Schulungen gemacht und er hat dann in der Firma, er hat dann eine junge, eine sehr junge, attraktive Chefin bekommen, die hat den Job bekommen, Abteilungsleiterin, sozusagen frisch von der Uni und probiert jetzt alles, was sie in der Uni gelernt hat, aus, an seiner Abteilung, ja, weiß alles besser und er ist ja bloß der Werkstattleiter, der Lehrling, ja, sie ist Akademikerin und lässt ihn das so richtig spüren und er kann es nicht verdauen, ja, so und jetzt hat er Darmkrebs und der Arzt sagt, du, da gibt es einen Arzt, der sich mit neuer Medizin nach Hamer beschäftigt, nach Dr. Hamer, geh mal da hin und lass dich da mal beraten, außerdem, sag mal, du hast, du hast zehn Amalgamplomben im Mund, die müssen raus und entgiften musst du die nächsten drei Jahre, du hast einen toten Zahn, der sitzt auf dem Darmmeridian, ich schicke dich zu einem ganzheitlichen Zahnarzt, der soll sich das mal angucken, ja, so und dann machen wir ein Programm, auch entgiften, entschlacken, Darmreinigung, ja, entsäuern und so weiter, das geht so über bestimmt drei Jahre und kostet so 10.000 bis 20.000 Euro, so in der Größenordnung und Martin, während der zwei Stunden, ihm fällt die Kinnlade runter, ich mache immer nur mal Kopfnicken, ja, kann ich alles nachvollziehen, kann ich alles nachvollziehen, er war gut vorbereitet von seiner Frau, also sie hat ihm da schon sehr sachte immer die Informationen zugeschoben und er geht also zu seiner AÖK und sagt, AÖK, guck mal, hier, das macht Sinn, was der Naturheilarzt mir empfiehlt, 10.000 bis 20.000 Euro, das ist ein Bruchteil von dem, was das andere kosten würde und das macht mich gesund, das weiß ich, das fühle ich. Dann sagt er, AÖK, nee, solchen esoterischen Kram erstatten wir nicht. Martin sagt, Moment, ich habe jetzt 40 Jahre einbezahlt, Monat für Monat, ja, und jetzt, wo ich was brauche, wollt ihr es nicht zahlen? Dann sagt der Sachbearbeiter, ja, tut mir leid, aber wir dürfen nicht. Wieso dürft ihr nicht? Ja, das ist uns verboten, wir dürfen diese Kuren, die unwissenschaftlichen Kuren, dürfen wir nicht bezahlen. Und wieso nicht? Ja, weil da gibt es schon einen gemeinsamen Bundesausschuss, der sagt uns genau, was wir erstatten dürfen und was nicht. Er sagt, der gemeinsame Bundesausschuss, was ist das denn? Ja, da sitzen Ärzte drin, also Vertreter der Ärzteschaft, Vertreter der Krankenkassen und drei Gesundheitspolitiker, insgesamt 21 Leute, ja, und die bestimmen, was läuft. Und also wie gesagt, vom GKV, also gesetzlichen Krankenkassen-Spitzenverband, sitzen da neun Leute drin. GKV-Spitzenverband, habe ich schon mal gehört, aber was ist das denn? Er erklärt ihm, dass der Delegierter sagt, ja, guck mal, jede gesetzliche Krankenkasse hat einen sogenannten Verwaltungsrat, das sind Leute, die das eigentliche Parlament der Krankenkasse, zehn Minuten, danke, das eigentliche Parlament der Krankenkasse repräsentieren. Ja, die haben eigentlich, hätten das Sagen, wenn es den gemeinsamen Bundesausschuss nicht gäbe. Ja, und die entsenden halt Vertreter in diesen GKV-Spitzenverband und der entsendet Vertreter in den gemeinsamen Bundesausschuss. Da fragt er Martin, ja, sag mal, wie ist denn das, wer ist denn das da, die Verwaltungsräte, wie kommen die denn da rein? Da sagt er, ja, hast du da reingewählt während der Sozialwahlen. In Deutschland gibt es alle sechs Jahre Sozialwahlen und da werden Vertreter unter anderem in die Verwaltungsräte der gesetzlichen Krankenkassen gewählt. Also, alles voll demokratisch, voll demokratisch. Du wählst völlig demokratisch auf einer Wahlliste, ja, die Verwaltungsräte, die wählen völlig demokratisch, ja, Vertreter in den GKV-Spitzenverband und die entscheiden völlig demokratisch, ja, was die gesetzlichen Krankenkassen zu zahlen haben und was nicht. Alles legitim und völlig demokratisch. Martin, ich meine, er ist Werkstattleiter, ja, und er hat ständig mit jungen Leuten zu tun, auch mit rebellischen, ja, und kann mit denen umgehen. Also, er ist schon ein selbstständiger Denker, er sagt, aha, woher hat der gemeinsame Bundesausschuss eigentlich diese Macht? Wer hat ihm diese Macht gegeben? Und er sagt ihm, der Arbeiter, ja, das steht im Sozialgesetzbuch, in einem Gesetz, Sozialgesetzbuch 5. Da ist das geregelt. Aha. Und dann fragt er, ja, aber Moment, Gesetz, wer entscheidet denn über Gesetze? Ach, Moment, das ist doch der Bundestag, ja, genau, Bundestag. Und den habe ich ja auch gewählt, ja, alles völlig demokratisch. Alles völlig legitim und jetzt am einen, ja, und wenn ich das, wenn ich will, dass der gemeinsame Bundesausschuss weg, weggeht, ja, die brauchen, brauchen wir den? Brauchen wir den? Brauchen wir eine Instanz, die den gesetzlichen Krankenversicherungen vorschreibt, was ich erstatten darf und was nicht? Ja, also ich würde sagen, brauchen wir nicht. Dann muss ich aber die Zusammensetzung im Bundestag, ja, also ich muss das Gesetz verändern und damit das möglich ist, muss ich, oh, da haben wir vielleicht eine Erklärung, warum im Bundestag solche Gesetze verabschiedet werden. Da gibt es eben auch Abhängigkeiten, ja, finanzieller Art. So, und wenn man das verändern will, ja, also wir haben im September ein Deutschland, aber hier gibt es ja auch irgendwie eine Wahl dieses Jahr in Österreich, oder? Gibt es da eine Kanzlerwahl oder was ist da im Oktober in Österreich? Hm? Kanzlerwahl, ne? Okay, also, ja, müssen wir da antreten. Wenn wir was verändern wollen und wenn wir den legitimen, das heißt offiziell legitimen Weg wählen wollen, müssen wir in den Bundestag. So, und dann, wenn wir das umsetzen, dann kann die AÖK, die BÖK und andere, CÖK, DÖK, die können dann selber entscheiden, was erstattet wird und was nicht. Zum Beispiel, ob in Deutschland Heilpraktiker erstattet werden, ob Naturheilkunde erstattet wird, Homöopathie, Akupunktur. So, so funktioniert das in Deutschland. Ich denke, in Österreich ist es ein bisschen anders, aber ähnlich. Letzten Endes gibt es ein zentrales Komitee, das in irgendeiner Weise auch abhängig ist von den Lobbyisten, das entscheidet, und zwar Industrie, zum Vorteil der Industrie entscheidet, was erstattet wird und was nicht. So, die Grundsätze der deutschen Mitte im Zusammenhang mit dem Gesundheitsprogramm. Ich habe im letzten Jahr einen Satz für mich entdeckt und der begeistert mich immer wieder. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Es ist der Hammersatz. Es ist so hammermäßig, dieser Satz. Von ihm leiten sich die Grundrechte ab. Von den Grundrechten leiten sich alle anderen Rechte ab. Aber dieser Satz ist der Hammer. Und wenn es eines gibt, was das ganze Leid des Ersten und des Zweiten Weltkrieges an Positiven vielleicht gebracht hat, dann ist es dieser Satz. Weil der ist eine Reaktion auf all das Leid, was unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern durchgemacht haben. Also wir nicht, ich nicht. So, die Würde des Menschen ist unantastbar. So, die Würde des Menschen, das ist ein einzigartiger Wert. Ein grundsätzlicher, einzigartiger, nicht wegzudiskutierender Wert. Und die haben zwei Aspekte. Der eine ist das Potenzial. Wenn wir gezeugt werden, ist unser Potenzial, diese Würde angelegt. Und das andere ist, das ist einmal der Potenzielle, die Potenzielle Würde. Und das andere ist das, was wir leben. Was aus der Entfaltung unserer Persönlichkeit dann in Umsetzung umgesetzt wird. Gelebt wird, gehandelt wird. Ausgedrückt wird. So, und was ist die zentrale, die vornehmste Verantwortung und Aufgabe des Staates? Für mich, das ist meine Interpretation, das steht jetzt so nicht im Programm, sondern der Formulierung. Aber der Geist ist auf jeden Fall beim Christoph Hörstel da. Was ist die vornehmste Aufgabe des Staates? Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das Potenzial, was im Menschen angelegt ist, sich optimal entfalten kann. Das ist die vornehmste Aufgabe und Verantwortung des Staates, diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Noch fünf Minuten, okay. Das heißt, jeder Mensch darf selbst darüber entscheiden, wie er leben, gesund werden und sterben möchte. Das zum Beispiel. Da hat der Staat nicht mit reinzureden. Meine Würde ist unantastbar. Wenn ich nicht im Krankenhaus sterben will, sondern zu Hause, dann ist das zu respektieren. Das ist ganz wichtig. Der Respekt gegenüber dem Willen des Menschen, des Patienten, Gewissens- und Therapiefreiheit für alle Patienten und auch die Therapeuten natürlich. Dass sie nicht vorgeschrieben kriegen, welche Therapien sie anwenden dürfen und welche nicht. Dann das Subsidiaritätsprinzip, ganz wichtig. Von oben her darf nur so viel geregelt werden, wie unbedingt geregelt werden muss. Und was geregelt werden muss, wird möglichst von den Menschen geregelt, die es betrifft. Unabhängige Regelkreise und Verantwortung statt Zentralismus. Dieser gemeinsame Bundesausschuss hat auch einen Spitzennamen in Deutschland. Zentralkomitee des Gesundheitswesens. Zentralismus. Dann, Grundsatz, weiterer Grundsatz. Wir wollen eine ursachenbezogene Medizin statt Symptomunterdrückung. Ich hoffe, es sagt Ihnen was. Ursachenbezogen. Das sind zum Beispiel Vergiftungen oder Mangel an wichtigen Spurenelementen, Vitalstoffen, Elektrosmog. Und es darf einfach nicht sein, dass Industrieinteressen dafür sorgen, dass unsere Gesundheitsbehörden da weggucken. Gesundheitsmaximierung statt Gewinnmaximierung. So kann man das auch ausdrücken. Das heißt, keine Kapitalgesellschaften als Träger von Kliniken. Das ist ein Widerspruch in sich. Das kann nicht sein. Menschliche Zuwendung ist die Grundlage aller weiteren Behandlung. Das heißt, genügend Personal und auch angemessen bezahlen. In den Krankenhäusern und allen Pflegeeinrichtungen. Weil, wenn unterbezahlte Pflegekräfte, die im völligen Stress sind, können, wie sollen die da menschliche Zuwendung leisten? Die wichtigsten Maßnahmen wären einmal im Versicherungssystem natürlich den gemeinsamen Bundesausschuss abschaffen. Freie Hand für die gesetzlichen Krankenversicherungen bei ihrer Erstattungspolitik und Tarifpolitik. Dann freie Wahl für alle zwischen gesetzlicher Krankenversicherung, privater Krankenversicherung und als dritte Säule freie Solidargemeinschaften. Gibt es in Österreich nicht, aber in Deutschland gibt es so etwas unter dem Stichwort Atamana, kann man da googeln, wenn es interessiert. Versicherte sollen einmal im Jahr wechseln können. Eine Aufnahmepflicht, auch für private Krankenversicherungen würde mir vorschweben. Die Sozialwahl sollte aufgewertet werden. Das heißt, die Bevölkerung, die Versicherten müssen informiert werden darüber, welche Bedeutung die Sozialwahl hat. Das Abrechnungssystem muss geändert werden und zwar von einem ständig anwachsenden, komplexen Diagnosekatalog hin zum Zeitaufwand. Wenn der Arzt sich zwei Stunden Zeit nimmt, soll er das auch angemessen abrechnen können, unabhängig von der Therapie, die er anwendet. Das wäre so meine Idee. Die Rechnung geht direkt an den Patienten. Die kassenärztlichen Verrechnungsstellen wären überflüssig, müssen sich einen anderen Job suchen. Bei den Krankenhäusern wäre auch eine Umstellung der Abrechnung in ähnlicher Art und Weise vorzunehmen. Die wichtigsten Maßnahmen wären Austausch natürlich des Führungspersonals in den Gesundheitsämtern, vor allem Bundesgesundheitsämtern, weil die oberste Etage ist auf jeden Fall industrieabhängig, von Lobbyisten abhängig. Die Mitarbeiter, es gibt Leute, es gibt Fachleute, es gibt Experten, die frei von Fremdinteressen sind. Muss man nur finden und in die entsprechende Position setzen. Ein personeller Austausch zwischen Behörden und Industrie, also dass da Leute aus der Industrie in die Zulassungsbehörde wechseln und von der Zulassungsbehörde wieder in die Firma, die sie vorher reguliert haben, das muss aufhören. Eine eigene Meldebehörde für Medikamentennebenwirkungen, also nicht mehr die Zulassungsbehörde, sondern eine eigene Behörde sollte die Nebenwirkungen erfassen und bewerten. Eine Verschärfung der Zulassungsbedingungen, vor allem auch Impfstoffe natürlich und auch andere Medikamente. Eine eigene Behörde für wissenschaftliche Bewertung von Therapien und Maßnahmen. Die Frage, was überhaupt die Ursache von Infektionskrankheiten und diesen wellenförmigen Auftreten ist, das muss neu aufgerollt werden, neu erforscht werden, das wäre ein Auftrag für die solchen Behörde. Ja, also wenn wir in den Bundestag einziehen, können wir jetzt noch nichts entscheiden, aber wir können einiges tun. Wenn wir in den Bundestag einziehen, wir haben die Möglichkeit, kleine Anfragen an die Bundesregierung zu stellen, große Anfragen an die Bundesregierung zu stellen. Wir wären in den Ausschüssen mit drin, könnten da zumindest versuchen, diese Mauscheleien zu behindern oder zu verhindern. Anhörungen, Fachgespräche könnten wir im Bundestag dann durchführen und meine Idee wäre, diese, so wie diese Veranstaltung hier, diese dann auch direkt ins Internet zu übertragen. So, ich bin gleich fertig. Das wäre nach dem Einzug, wenn wir natürlich dann das Gesundheitsministerium hätten, unter uns, hätten wir mehr Möglichkeiten, Führungspersonal austauschen oder auch die Behörden neu zu ordnen. Was wir jetzt tun können, obwohl wir noch nicht im Bundestag sind, als deutsche Mitte, als Partei, ist Bildung von gesundheitspolitischen Arbeitskreisen auf Bundes-, Landes- und Kreisebene. Das ist im Gange, weil wir müssen, wenn jetzt die nächsten Sozialwahlen in Deutschland sind, müssen ja mal vernünftige Wahllisten zur Wahl stehen, nämlich Leute, die das Allgemeinwohl im Sinne haben und nicht ihre Fründe. So, nächste Sozialwahlen, Ausweitung der eigenen Kompetenz, Maßnahmenkataloge, Ausweitung der Ausarbeitung, Öffentlichkeitsarbeit. So, aber im Grunde geht es darum, ob man jetzt mit oder ohne Partei aktiv ist, wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, dann wird das die Welt verändern. Ist so. Aber dazu müssen wir natürlich das in Erwägung ziehen, wir müssen es in Erwägung ziehen, dass wir es schaffen können. Ja, so, und darauf hinarbeiten. So, das war's. Dankeschön. Machen wir jetzt noch Fragen oder geht es gleich ans Podium? Podium. So, liebe Leute, wir machen jetzt hier einen Song auf Okidok. Bevor das Podium hier gestartet wird, wir werden die Bühne eben schnell bestücken. Und dann geht's rüber. Wir machen jetzt mal Musik, nachdem wir unseren Player haben. Genau, so, wie es wird gerade angesprochen. So, da ist auch der Musikplayer schon da und wir werden mal Musik abmachen. Ein Lied, denke ich, zwei Lieder, dann sind wir da. Das erste Okidok-Medium-Festival von Klaus Glatze. Veranstaltet in Rudolf Bämmer's Oldtimer-Ferrin und Museum aus dem Jahr 2017 von 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt. Das erste Okidok-Medium-Festival von Klaus Glatze 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020